Jetzt hat sie voll eben in die Sicht gehauen. Ja eben, sieht gut aus. Die wird gleich abgeholt. So, sehen wir hier der kleine Samy. So neugierig. Wo ist nun die kleine Hermina? Ist sie drinnen? Hermina? Ach da ist Herminchen. Komm mal aufgucken. Was da Neues gibt, hä? Gucke mal. Gucke mal. Na, hat doch Mutti das Richtige gekauft, hä? So. Haha.